Herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Tutorial über die korrekte Sitzposition im Wildwasser Kanadier. In nur einer Minute zeige ich dir die richtige Sitzhaltung in Kanadier und warum das richtig Sitzen der Basis für deinen Erfolg ist. Richtige Sitzen bildet das Fundament für sicheres, stabiles und effizientes Sportfahren. Dabei soll dein Körpergewicht optimal verteilt werden. Ein Drittel auf dem linken Knie, ein Drittel auf dem rechten Knie und noch ein Drittel auf dem Sitz. Das bildet ein stabiles Dreieck. Wenn man zu weit nach hinten lehnt, verliert man den Druck auf den Knien und dadurch Stabilität und Kontrolle. Wenn man zu weit nach vorne sitzt, verliert man den Druck auf dem Sitz und hier auch geht die Stabilität und Kontrolle verloren. Das Dreieck bleibt in einer guten Sitzposition erhalten. Kurz zusammengefasst, in einer stolzen Körperhaltung sitzt du immer richtig. Bei uns ist das Richtig-Sitzen immer ein Thema, egal auf welchem Kurslevel. See you on the river! Und jetzt heilt die Sitz 141-2-7-8-4-4-3-4-3-4-3-4-3-4-5-2-3-4-5-6-6-6-5-6-6-6-6-7-7-6-7-6-7-6-7-6-7-7-6-7-7-7-7-7-7-0-6-7-7-7. Vielen Dank.